Wer heute verliert in der Nicht-Lachen-Challenge, der muss sich eine Klatze schneiden. Digga, nicht schon wieder. Ich mach Klatze, wenn du auch Klatze machst. So, bist du bereit, Kevin? Nicht-Lachen-Challenge im Wasser. Digga, was ist jetzt los? Bruder, das bist du. Warum sind die so fett, Bro? Nicht lachen, okay? Ich lach nicht, ich lach nicht. The show must go on. Bruder, ich denke... Junge, du hast gelacht. Warte, 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 warte. Das Video beginnt jetzt erst offiziell. Ich musste erst mal ganz kurz drauf klarkommen, was wir uns überhaupt anschauen. Bruder, du hast gelacht. Ey, hallo. Bro, ich hab dir doch gar nicht die Regeln erklärt. Das war erst mal nur der Trailer vom Video, okay? Das war Trailer. Ich lass das einmal durchgehen. Ab jetzt ist es nämlich so... Hab ich gar nicht gesagt. Deswegen sag ich es dir jetzt. Wer heute verliert in der Nicht-Lachen-Challenge, der muss sich nicht lachen schneiden. Digga, nicht schon wieder. Okay. Wir machen es, Leute. Ihr wisst es nicht. Kevin ist einfach wieder ein Ei geworden. Doch! Bruder, du hast gesagt, komm Discord, lass uns nicht Lachen-Challenge machen. Du hast nicht gesagt, wenn ich hier verliere, muss ich mir den Dach zu schnacken. Wir gucken jetzt weiter, okay? Ja, komm, los! Drei Leben hat jeder. Also, was haben wir da? Einen schönen Spike, ne Primo und ein Crow. Hey, hallo, hallo, hallo. Stopp, hallo. Bruder, hast es gelacht? Ey, hallo, hallo. Ey, hallo, das geht nicht. Stopp, stopp. Digga, du hast gelacht. Na, ey, du hast zuerst gelacht, was machst du? Bruder, gar nicht. Bruder. Gar nicht. Gar nicht. Bruder. Ey, ihr seht nicht, hallo! Digga, wie random ist dieses Video, das du dir ausgesucht hast! Ab jetzt machen wir ernst, okay? Versprochen, ab jetzt. Okay, 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 okay. Ab jetzt machen wir ernst, hie? Ja, okay. Okay, Spike fliegt, alles cool. Ich habe aufzulagen, das ist nicht mal lustig gewesen. Okay, hat ein Cube. Was war das? Was war das? Ey, das ist nicht lustig, das ist... Das ist nicht lustig. Ich habe auch nicht gelacht. Ich muss nicht... Ich, ich, ich... Ich, ich, ich... Du hast mal probiert mit seinem Bauch das... Das hat mich ausgerollt gemacht. Was hab ich gemacht? Okay. Ab jetzt nicht mehr lachen. Ab jetzt geht's wirklich los. Guck mal, da bist du, Bro. Oh, guck mal. Das ist wirklich cool. Bruder, warum hat man seine Po-Sätze gesehen? So fett zum Laufen. Poco goes loco! Aber ich habe nicht gelacht, Bro. Wieso? Ich kann das alles nicht mehr. Bruder, kam da gerade... Er hat da gerade einen Bruder... Nope. Ey, Bro. Läuft doch super bisher. So Leute, und jetzt ganz kurz eine Info für euch, bevor es weitergeht. Und zwar gibt es endlich neuen Merch für euch, passend zu Ostern. Das heißt, falls ihr auch eins dieser coolen Artikel hier haben wollt, wie zum Beispiel ein Pullover oder ein cooles T-Shirt, dann geht einfach auf den ersten Link in der Beschreibung und sichert euch noch heute euren Merch. Wie immer gibt es eine signierte Autogrammkarte dazu. Und ganz wichtig dabei, seid schnell, denn das Ganze ist auch wie immer limitiert. Deswegen geht auf den ersten Link in der Beschreibung, gönnt euch was und jetzt weiter geht's. Läuft doch! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was war das? Genie? Oh nein! Let's go get him! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nee, man sieht die Shelly nicht! Man sieht die nicht! Nein, nein, man sieht die nicht! Man sieht die nicht! Man sieht die nicht! Maman, hast du Pause? Hast du gelacht? Ich habe, ich… Was ist da gerade passiert? Warte, 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 warte! Warte mal! Warte mal! Lenny, ich bin jetzt dafür, dass du jetzt endlich mein Leben abgezogen bekommst! Ähm, warte! Ein Leben weniger, Digga! Du hast es noch zwei! Jaaa, Junge! Bruder, aber du lachst die ganze Zeit! Warte, warte, warte! Guck dir bitte auch noch mal an, okay? Einfach noch mal selber kurz gucken, okay? Warte. Lach doch bitte. Mach jetzt weiter. Ja, okay. Oh, lol. Ja, er hat gewonnen, Digga. BAM. Junge, der Erem hat gewonnen. Okay, das war die erste. Oh nein. Das war die erste Animation, jetzt kommt die nächste. Das kann nicht sein, dass du Leben mehr hast als du. Bruder, was passiert denn da? Bro, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber es war, es war sehr, sehr merkwürdig. Junge, die ist. Digga, dein Motz hat mir einfach... Ey, hallo, 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 hallo. Abzug. Abzug. Ey, ich hab gar nichts gemacht. Ich war nur schockiert, weil er dir einfach... Put er einfach in die Schaufel genommen und so dumm auf seinen Kopf. Lebe Abzug. Ja, okay. Abzug. Was hat Mordes getan, Bro? Oh nein, jetzt wird er sich... Oh Gott! Okay. 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 Bruder, Mord. Oh! Ah! Jetzt macht Chini wieder da. Aber die ist nicht mehr fett. Das ist schon mal gut. Tschüss. Oh, oh. Fett sich im Bull ran, das ist gar nicht gut. Wie einfach... Wer einfach nur oben links sieht, wie sie gestorben ist, Junge. Junge. Ist egal. Shelly mit der Ulti. Oh! Sie hat die Ulti. Wie, Junge, das gibt einen Krach. Boah. Ja, ne? Ja, ne? Bruder, die Shelly ist ein bisschen... Hä? Das war's mit Shelly. Das war's. Oder der Poco hat es jetzt geschafft, seine Kiste aufzumachen. Ja, ja. Ah, Digga, er hat die... Er hat... Oh, oh nein. Hä? Oh nein, Teil 2. Die nächste Runde. Bro, Piper im Nachhinein haben die Kiste öffnen. Man kennt ihn. Oh Gott. Oh nein. Yo, Bro, mach's natürlich easy. Oh! Es ist immer so. Wo das war? Es ist immer so, ne? Wenn man so... Es ist immer so. Es ist immer so. Der Crow hat einfach den Cube geklaut. Die arme Piper, ja. Oh nein. Shelly im Busch? Oh oh. Oh oh. Oh nein, die verrückte Shelly. Oh oh. Das ist die durchgeknallte. Oh oh. Es ist so schlecht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Let's go. Einfach Sandy. Der Schlafsand? Oder Sandy ist einfach AFK. Oh oh. Ne. Und hat... Wow. Perfekt. Digga. Yo. Ey Digga, als Rosa rauskam, ne, war die auch viel zu OP, ne? Ich konnte gar nichts machen. Bruder, Rosa hat alles auseinandergenommen, sagst du dir ehrlich. Ja, ja. Äh. Loll. Ey, Primo landet jetzt gerade auf ihr. Ja. Junge, was? Was? Oh, Primo gegen Rosa. Oh oh. Oh oh. Und die staubt jetzt schön ab, oder? Hä? Die geht in den Sturm. Hä? Bruder, warum? Oh oh. Oh, Crow. Oh nein. Nein. Oh, mit Gift-Schaden gestorben. Junge, der ist so ein Abstauber immer. Digga, er ist halt jetzt am Arsch, ne? Frank mit seinen 15.000 HP geführt. Ja. Ja. Und dann kam Crow mit so 3.000. Pass auf, der kriegt jetzt einfach so ein Deckel, äh, ein Ding auf dem Kopf. Hä, was? Wollen wir mal, äh? Bruder, Frank, du Schisser. Ist Frank dumm? Oh. Jetzt. Oh, stimmt, Bro. Wenn er schlägt, der kann ja easy dodge, wenn er so hoch springt einfach, ne? Ja. Oh nein. Ob's genommen. Oh oh. Was passiert jetzt? Puh, dann guck ich ihn im Hintergrund an. Digga, du hast gelacht. Du hast vor mir angefangen zu lachen, du kriegst ab. Gar nicht. Junge, du hast vor mir angefangen, natürlich. Ey, Freunde, jetzt mach ganz ehrlich. Okay, wir machen einmal Gleichstand. Keiner geklebt, mir abgezogen, okay? Hier? Ja, okay. Okay. Digga. Digga. Oh, lebt noch einer? Es lebt noch einer. Wer lebt noch? Nein. Hä? Oh nein, es ist irgendwie so ein Lost-Di oder so. Er ist an Gift-Damage gestorben. Von Crow. Ja. Ja. Die Piper gewinnt. Oh nein. Digga, was? Digga, was? Digga, sei einfach noch die... Oh nein. Teil 3. Oh nein. Oh oh. Bruder, er weiß jetzt, er ist am Arsch. Loll. Hä? Oh. Penny ist... Okay, das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Okay, Pogo chillt immer noch. Oh nein. Oh, die gehen alle im Busch. Digga, alles Busch-Camper. Hey, Busch-Camper. Ihr da draußen im Busch-Camper, ihr seid ehrenlos. Sag ich ehrlich. Guck mal, ich bin dann der Rico, ja? Tschüss. Ich schieße da rein. Pass auf, er denkt, da ist jetzt niemand mehr drin. Ja, ja, und jetzt. Pass auf. Ja. Bam. Digga, es ist immer so. Oh man. Digga, alle im Busch-Penny. Ja, auf einmal Leon kommt angesneakt, unsicher. Ne? Was? Digga, Spike nimmt mich auch gerade so, hä? Spike denkt sich nur so, was passiert da? Jau. Junge, Spike wurde einfach... Oh, oh. Oh, oh. Ah, ja, ja, das ist typisch Leon. In den Busch reingehen, unsicher machen und dann so... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, Spike kriegt Panik. Ja, ja, ja. Oh, jedes Mal, Digga, jedes Mal. Das ist ein neuer, Digga. Er kommt von irgendwo. Und er schickt einfach immer noch im Busch. Und Spike schießt die Anzeige. Oh, 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 das gibt jetzt den Smash. Oh, oh. Das gibt Smash. Yo. Nein, nicht Kaugummi. Schießt die Kaugummi. Bruder, was? Was war das? Die hat einfach den Leon totalen Knockout gebumst. Okay. Was passiert da? Oh, oh, Bull ist nicht so erfreut, glaube ich. Bi. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. What? Was? Was war das denn? Ach, Bi's Ultraschuss. Oh, nein. Ach ja. Ach, ach ja. Ach ja. Ja, und dann kommt wieder ein Daryl angerollt. Bibi knallt ein Daryl weg. Oh, oh. Der gewinnt, Bro. Nein, Poco, nein. Oh, nein, Poco. Alle sind 1 HP und er macht einfach den, Digga. Das ist süß. Das ist süß. Nächste Runde. Oh, nein. Die nächste Runde. Oh, ja. Das war Karma, Digga. Ich habe gewonnen. Digga. Oh, nein. Es ist jedes Mal das Gleiche, Digga. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Minus 10. Es ist so perfekt. Es ist so perfekt. Digga, und danach wieder den... Oh, nein. Jetzt ist Duo-Showdown. No, no, no. Respawn, schneller. Respawn. Bruder, warum ist der denn ein Ei? Das Mix. Junge, es ist so... Bruder, Ate ist so lahm, ne? Ich schwöre, er ist so langsam, ne? Er ist unspielbar gefühlt. Er ist eigentlich der schnellste Brawler im Spiel, würde mich interessieren. Weißt du mal das? Ähm... Boah. Ich weiß gar nicht, irgendwie Max oder so. Naja, ich glaube, ne? Mit Ulti dann. Tschüss! Oh, nein. Oh, nein. Ja, Digga. Junge, es ist so schlecht. Ja, was ist denn da los, Bruder? Digga, was passiert denn da? Warte. Ey, du hast gelacht! Nein, ey. Ach, Digga. Jetzt, ich schwöre, du kannst... Jetzt kannst du dich nicht mehr rausgehen. Okay, ja. Ich hab noch ein 1 bis 2 Leben. Okay, okay, okay. Ja. Irgendwie, K. ist der Beste. Ah, Rückzug, Mortis. Oh. Joing. Nein! Oh, oh. Das war's mit Rosa. GG. GG's. Jüngel. Oh, oh. Ah, Extra-Leben. Digga, der hat ja früher ein Extra-Leben. Ja, ja. Let's go. Digga, das lost. Jemand einfach gewonnen. Ah, die Shelly will noch eine Runde spielen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, nein. Nicht noch eine Runde. Ich kann alles nicht mehr. Deine Mike. Gadget, Digga. Was macht der? Sein Gadget. Oh, das ist ehrenlos. Der Freeze-Leben, der Stunnti damit, ne? Nee, das ist dieses Gadget, wo der so ganz viel TNT wirft. Aber es bringt gar nichts. Ja, das überkackt. Ja, es beschreibt es so gut, ne? Digga, es ist so lost, das Gadget. Ja. Oh, oh. Ey, Primo. Vamonos. Bam. Hä? Puh, der ist so weg, ist das zu weh. Digga, ist er dumm? Er ist lost. Lol. Yo. Sprout, Junge. Sprout einfach. Ey, also jetzt ist es mal gut. Jetzt kriegst du aber auch mal dein Leben abgezogen, Kollege. Also jetzt hast du gedacht. Was denn? Ey, du dumm, oder? Ich merk das nicht. Ich liebe Abzug. Du hast gelacht. Abzug. Noch ein Leben, du kriegst eine Klatze. Ich dachte, du siehst es nicht. Du kriegst eine Klatze. Bruder, wie sollen wir das denn überleben? Wir müssen doch voll lang gucken. Wir haben beide noch ein Leben. Jo. Wenn man jetzt immer eine Klatze schneiden muss, Kollege. Du. Das hättest du gerne, ne? Oh, was ist jetzt? Was ist jetzt los? Aua. Aua. Jo. Bam, weg war er, ne? Oh nein. Jackie kommt wieder. Bo. 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 Oh nein, Bo. Bo. Penny. Bruder, Bo beobachtet einfach nur. Oh ja, smarter Move. Smarter Move. Abstammt. Kann man mal probieren. Komm schon. Oh, Gadget. Bam. Ah, lol. Die kann das damit hoch sprengen, mäßig. Oh, oh. Oh, oh. Der Bo hat verkackt. Jo. Das war's dann wohl, ne? Aber ich muss sagen, ich check bis heute nicht ganz die Ulti von Jackie, was die bringen soll, irgendwie. Ja, saug sich auf die Leute ran. Junge, der spuckt die einfach voll. Jo. Oh, oh. Ich kann das alles nicht mehr. Es ist so, es ist so komisch. Oh, man, oh, man, oh, man. Komm schon. Ey, Bro, ich bekomme ja keine Glatze, Kollege. Du wirst sehen? Ich lache jetzt kein einziges Mal. Ich bin jetzt stumm wie ein Stummer Stein. Ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht. Lol. Hä? Was macht sie? Hä? Oder ich weiß nicht. Overtime. Nee, hä? Hä? Oh. Hä? Oh. Nita ist zwe... Zweiter. Nein. Die haben sich gleichzeitig gekillt und die ist aber Zweiter geworden. Checkst du? Ja, ja. Der Ehrenmann ist Zweiter geworden. Hä? Aber wer ist Erster geworden? Niemand. Hä? Der Deinamike? Die Ente. Von Deinamike. Ey, Primo sagt, kommt los, Jungs. Komm, komm, kommt. Oh nein. Oh nein. Einer ist aufkauen. Oh nein. Beide sind aufkauen. Ja, beide sind aufkauen. Ah, whatever. Oh nein. Der Arme. Ich schwöre aber, Brawl Stars ist mit Abstand... Ich hab kein Spiel bisher, was so anfällig gegen Internet ist, wie Brawl Stars, ne? Na. Brawl Stars ist über anfällig gegen Internet. Was war das denn? Oh nein, Piper. Ist egal. Ey, Primo mit der O, die wurde sich in den ersten Gym. Hä? Was? Oh nein. Ja, und die ist auch gar einfach... Junge. Ist egal. Ey, Junge! Baby Nita, Baby Leon. Baby Nita und Mini Leon. Juhu. Bruder, das waren wir früher, ja? Ja. Im Kindergarten. Wehe, du klaust wieder meine Lego-Steine. Äh. Hast du geklaut, Digga? Nein. Ich klau nicht. Okay, was überlegst du dich, Nita? Hä? Ja! Hä? Oha, Leute, was ist jetzt los? Was? Bruder, was passiert jetzt? Ey! Bruder! Oh, das ist noch die Folge. Er ruft sein, hier von diesem, wo die geteamt haben. Ja, ja, Tick. Tick und Crow-Team jetzt auch zusammen. Tick ist wie bei OP gegen Team, aber du kannst einfach so reinsprayen, ne? Ja, ja. Der Spray ist einfach rein. Lol? Hä? Was? Denn die zögern ja, äh, zünden erstmal ein bisschen Verzögerung aus. Ja, stimmt. Jo, ne? Ja. Ciao, ciao. Ciao, Jungs und Mädchen. Showtime. Woher kommt er denn? Digga, er überlebt das halt, weil er so viel Leben hat. Ah. Oh, nein. Crow, mach was! Ja, ja, upgraden, Bruder! Jetzt geht's los! Mecha-Crow, let's go, Junge! Ah-Bam! Zeig sie! Stell dir mal vor, das wäre echt so eine Mecha-Entwicklung. Boah, das wäre krass, Digga. Das wäre krass. Und dann wärst du so Ultra-OP in der Runde. Oh, stell dir vor, Mega-Entwicklung und seine Schüsse würden durch Spieler durchgehen, Digga. Digga, das wäre krank. Das wäre krass, Digga. Nein, sie kämpft im Busch, wartet, bis jemand einen Cube einsammelt und dann kommt sie aus dem Busch raus. Oh, nein, der arme Spike, Digga. Oh, nein, Spike. Junge, ehrenlos. Ja, Digga, ich schwör. Oh, Mann. Guck mal. Digga, der arme. Oh, Mann. Ah, das ist immer noch dieser eine Juvenia-Kunde. Ah. Bruder hat der voll gecarried. Er hat einfach alle Champs gecarried. Nein! Nein! Sandy, jetzt, komm, jetzt, Carry. Sandy, ein... Ah, der, der Bot-Rico. Oh, oh. Oh, 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 oh. Er schießt ja schon wieder hin. Junge. Bruder! Er hat ja nicht rasiert. Er hat rasiert. Mit seinen Legs ripped. Was passiert jetzt? Deine Mike? Wo? Balei? Magier Balei? Digga, Deine Mike ist... Also Balei ist glaube ich ein Abstand einer schlechtesten Bowler. Kann das sein? Ja, Balei schon Lost auf vielen Maps. Also ich meine Deine... Ich finde Deine Mike ist immer besser als er einfach, ne? Ja, ich mag Deine Mike auch lieber. Lol? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, er hat doch die ganzen Dings, die ganzen Schüsse geworfen. Die brennen ja aber Balei. Ah, hier schreck ich. Ja, 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 ja. Ah, Fake-Teaming. Oh. Oh, wow, wow. Bruder, der Poco wird jetzt so auseinandergenommen. Ja, ja, die Fake-Team-Poco kommt und Sheldin macht einfach weg. Digga, das ist ehrenlos. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Bruder, das ist ehrenlos. Das ist schon hart ehrenlos. Hä? Hahaha. Hahaha. Bruder, wie grander ist das denn jetzt? Stopp, 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 stopp. Bruder! Digga! Das schreit hier grad mächtig gewaltig nach, klatze! Bruder, du hast auch gelacht Ich hab nicht gelacht Wir haben beide gelacht, Digga Nein, 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 Bro, ich hab nicht gelacht Ey, ganz ehrlich, du hast auch gelacht Doch, ich hab's doch gehört Ich hab nicht gelacht, du hast gelacht, was laberst du? Digga, du hast auch gelacht Bruder hat einfach seine Rotze aus der Nase genommen Und spielt jetzt mit seiner Mit seinem Ding da drauf Natürlich hast du gelacht Du scherz jetzt den Latze, Bro Gar nichts mach ich Bro, natürlich hast du gelacht Digga, du hast auch gelacht Wir haben noch 5 Minuten Wenn du noch einmal kichst, hast du verloren Ganz einfach Boah, Supercell Hä? Was macht die denn? Bruder, ich hab keine Ahnung Ach, hä? Die spammt die Oiti durch, Bro Ah, lol Oha Yo Aber das wurde gefixt Das geht mittlerweile nicht mehr, oder? Oh nein Oh nein Was ist da? Was ist los? Oh nein, das ist die Schulanimation, Bruder Da kacke ich immer ab Die kenn ich noch Das heißt Klatze incoming! Klatze incoming! Anix Guck, du musst auch gucken Du lachst ja eh Ich lach nicht Ich lach nicht, pass auf Guck, Leon ist so der coole Pass auf Das sind so die Mobber Ein paar Mobber Ja, ja Oh, oh Oh, die waren einfach leer und vermöbeln Nicht gut Aua Boil, boil, boil Bruder, was machen die Dämmchen? Der Arme Was war das? Was war das? Pass auf Junge, der Ehrenmann Guck Loll? 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 Guck Guck Bruder, wo Bull einfach liegt mit seinem Kopf auf, chillig, ne? Er riecht den Burrito von letzter Nacht Oh Lenni? Hast du gelacht? Nein, Bro Ich auch nicht Okay, weiter geht's Ich hab auch nicht gelacht, Bro Was passiert jetzt noch, Bro? Hey Nein Oh, oh Hä, wer ist das? Bruder, das sind wir Er verkauft alles Für mehr Gems Er verkauft alles für Gems, Bro Er zieht nix Oh, nein Er zieht nix Oder was passiert da schon wieder? Digger Er verkauft also den Ball Er verkauft einfach alles Er verkauft einfach alles Guck, das ist Winter Es ist Winter Es ist Herbst Es ist Herbst Ja Weiß ich nicht Das ist jetzt doof gelaufen Tschüss Tschüss Oh Er hat sein Haus verkauft Er hat sein Haus verkauft Der hat alles verkauft Für Brawl Stars Oh, war noch ein Traum Oh, hat nur geträumt Oh, war es doch kein Traum Oh, es war doch kein Traum Chillig Hast du gelacht? Ich habe nicht gelacht, nein Okay, Bro Letzte zwei Minuten Jetzt wird sich alles entschalten, Bro Ich lache keine Ich mache keine Mine mehr Oh, nein Oh, oh Mordstür zum Ultramord ist Junge Junge Ich weiß auch nicht Ah, ma Hö Hä Ah, ein Meteorit Stimmt Damals gab es Meteoriten, Bro Stimmt Läu Läu Barlin Der Arzt Dinger Gehrenlos Oh, oh Oh, oh Ja, er hat verkackt Oh, 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 oh Ey, bitte Nichts lustiges jetzt, komm schon, komm schon Oh, wieder ein Schulvideo Okay, komm schon, die letzten Sekunden Ja, Junge Läu Zeig es ihm Ja, Junge Ist okay Warum hast du gestoppt? Du hast gelacht Du hast gelacht Ja Digga, du hast gelacht Du hast gelacht, Junge Bruder, du hast zuerst gelacht Digga, du hast Du hast zuerst gelacht Ich hab nie Was Was laberst du? Pass auf, bleib sitzen, wo du bist Bleib sitzen, wo du bist Hol jetzt, Rasierer Mach dir jetzt Klatze Ja, Junge Klatze mit deinem Läu Ja Ja Yeah Bam, Junge Klatze schneiden jetzt, heißt es, Junge Du kleiner Brokkolikopf Komm her Komm her jetzt Nein, du Benni Zieh jetzt deine Mützerunde Mach dir jetzt eine Klatze Komm Oder du musst Klatze machen Nein, du Mach jetzt Ich mach Klatze, wenn du auch Klatze machst Ich mach auch Klatze, okay Mach ich Okay, okay Bruder, meine Haare sehen heute eh verrückt aus Ja Aber du schwörst, dass du nicht gelacht hast? Hab ich nicht Okay Ich muss das einmal hier oben abmachen Okay, bist du bereit? Bruder, ich hab das doch gesehen, dass du gelacht hast Wahrscheinlich reinziehe ich mir jetzt eine Klatze Du kleiner Ehrenlose, du hast dich gepraint Bruder, du bist ehrenlos Ich hab das die ganze Du hast doch gestoppt und da ran gesucht und die ganze Zeit gelacht Du hast mich verarscht Du machst Du machst mich jetzt verarscht Oder das? Weißt du was? Ich setze mich jetzt ins Auto Und komme mit dem Rasierer zu dir Wir sehen uns gleich Du kriegst jetzt eine Klatze, Digga Du ehrenloser Scammer Du hast dich gepraint